Was gibt's Neues in der großen Welt? Wenn sich die Faschisten bewaffneten veranstalten, wir braven Sozialdemokraten, lieber italienische Nacht. Arme Sozialdemokraten! Wir haben eine traurige Welt! Wir haben eine geschwichtige Geschichte! Widerstand! 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 Und der Demokratie kann natürlich keineswegs gesprochen werden. Da denke ich manchmal, wenn ich einfach nur ein paar Jahre jünger wäre, dann könnte ich noch aktiv mittun an ihrer Verbesserung. Aber so? Ich kann doch nichts dafür, dass ich so bin. Sag ich auch nicht. Dass ich der Intelligentere bin und mehr Durchschlagkraft habe. Ja. Verstehst du, das verpflichtet mich doch noch umso mehr, mich noch intensiver für das Richtige einzusetzen. Dein schönes, blondes Haar. Aber ich bin gar nicht blond, ich bin brinne. Nein. Wenn man so in den Himmel schaut, da kommt man sich so winzig vor. Unsere Fröhlichkeit, die wir hier zeigen, ist die schärfste Waffe im antifaschistischen Widerstand. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal.